Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. So, wir wollen jetzt da mal hin. Oder auch nicht. Okay. Dann muss es hier irgendwo vielleicht einen anderen Weg geben. Warte mal. Wie sieht es da aus? Hier geht es auch nicht weiter. Das war jetzt aber interessant. Von da kamen wir. Nicht da runter. Nein, hier, da lang. So, okay. Dann müssen wir vielleicht runtergehen. Und da das alles machen. Warte mal. Wir hatten ja da. Einen Bolzen geladen gehabt. Auf dem den. Können wir den irgendwie drehen? Der hat hier. Oder. Aufladen. Irgendwie. To lever. Hat mir jetzt nichts gebracht. Aber wir können da hin. Das hängt da jetzt, aber da bringt es mir nichts. Hat der auch noch einen Bolzen? Oder habe ich jetzt Mist gebaut? So. Einmal bitte da hoch. Ja. Äh, nee. Ah. Also war das Rohr doch nützlich. Der war doch wichtig. Der war doch wichtig. Jetzt ganz vorsichtig dahin. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht doch noch hochkommen. Wir machen hier ein Save Game. Denn wir können da jederzeit aus Versehen runterfallen. So. Und. Ja. 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 Komm. Spring. Ja. Cyrus. Geiler Typ. Da haben wir wieder so ein Ding. So eine Kugel. Oder tut uns nichts. Der da hinten vielleicht. Ja, okay, komm. Geh ich mal an dem vorbei. Das nehmen wir mal mit. Ey. Weg. Alles klar. Den. Äh. So, komm. Raum geht kaputt. Und nochmal. So. Okay, was ist das jetzt aber für ein Raum? Aber hat keinen Schaden gemacht. Sieht aus wie eine Konferenzfälle von den Wehmarn. Also von den Zwergen. Hier noch Zwerge, aber... Hier geht's hoch. Mal gucken. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas? Ja, ein Health Potion. Geil. Den nehmen wir mit. So. Äh, nein. Nicht die Waffe. Ich wollte springen. Verwechsel manchmal die Kasten hier. Dann gehen wir hier jetzt mal hoch. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckelt ordentlich das Game. So. Ist hier noch eben jemand? Alter, wie viele Health Potion sind denn da? Ähm. Wenn da so viele Health Potion sind, dann habe ich Angst. Dann habe ich so das Gefühl, gleich wird uns etwas Böses angreifen. Großes. So, einen. Boah, das wäre jetzt geil, wenn wir jetzt hier wirklich den ersten richtigen, äh, Dwema, hier, den Centuriodo so kriegen. Der uns attackiert. Den Dwema, das wäre jetzt so nice. Wo geht's denn hier hoch? Gibt's hier noch irgendwas einzusammeln? Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ja. Das waren aber schon sehr, sehr viele Health Potions. Gleich drei Stück. Da sind nochmal ein paar. Na, einer. Vier Health Potions. Muss ich mir Sorgen machen? Egal, wir gehen jetzt mal hier rein. Ähm. Ähm. Okay. Die sind aufgespießt worden. Ein Leben verloren. Wow. Da ist auch nochmal einer. Ich würde sagen, hier macht man nochmal ein Save Game. Ich denke, hier kommt jetzt der erste Boss. Vom Gefühl her. Äh. Ne, das wollte ich nicht. Da gibt's Health Potions. Die nehmen wir mal mit. So, den auch. Hier ist eine Kette. Okay, ich weiß jetzt nicht, was da auf mich zukommen wird. Muss ich das Ding aktivieren? Wow. Das bringt mich hier nur hoch. Ich will mal was riskieren. Ah, okay. So, wir wollen mal da rüber. Ne, da muss ein bisschen anders. So. Warum, Syrith? Bisschen stärker schwingen? Dann halt nicht. Äh. Ne. Bisschen runter, bisschen runter. Bisschen drehen vielleicht. Äh. Dann sammeln wir die zwei nochmal auf. Jetzt ist die Frage, wie lösen wir das? Wir müssen an den Ketten vorn hängen. Äh, genau. Ich geh mal von aus. Nein. Super. Nochmal von vorn. Okay. Klappt so nicht, wie ich da will. Aber jetzt wissen wir zumindest, wie die da gestorben sind. Die drei da. Versuchen wir es mal mit der Kette hier, an der Seite. Ah, okay. Nein. Äh, genau. So. Okay, jetzt muss man diese eine Kette hier sein. Jetzt sammeln wir die jetzt noch einmal auf. Und da, zuerst das Falsche so. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir ein Save-Game. So. Cyrus. Äh. Genau. Ah, Cyrus. So, das öffnet es. So, komm, Cyrus. Jetzt ein bisschen schwingen. Noch ein bisschen schwingen. Komm. Der will nicht schwingen. Okay. Okay. Ich verstehe jetzt nicht, was ich machen muss. Also, das Ding da definitiv irgendwie in Bewegung bringen. Kann ich das Ding hier hochklettern? Nur zum Teil. Das bringt mich nix. Was denn damit? Das bringt mir auch nix. Das bringt es mich hier. Was passiert mir nicht hier hochkir? Was passiert mir jetzt noch mal da draufkir? Jetzt. Ich hab' ne Idee. Jetzt könnten wir eigentlich rein theoretisch da draufkirchen. Das ist ja ein Stück. Ich raffe gerade gar nichts. Außer, dass ich hier paar Sassen bewegen kann. Cyrus. Nicht runterfallen. Ah, okay. Okay. Barton? Okay. Das bringt mir noch nichts. Ich hoffe, ich bin jetzt... War klar. Okay, aber wir wissen jetzt zumindest, was wir machen müssen. So. Dann gehen wir da noch mal hoch. So. Okay. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. So. Und nochmal so. Nee. Soll ich bitte in eine andere Richtung drehen? Nee, das dreht sich nur in die eine Richtung. Okay. Muss ich hier jetzt irgendwas machen? Ich weiß jetzt nicht, was ich machen kann. Nee, das war jetzt nicht das, was mir was bringt. So. Ähm. Die Richtung. Jo. Ist das denn jetzt überhaupt schon wohl richtig? Nee. Noch nicht. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht in den Tod gefürzt. Gut. Aber ich glaube, wir müssen den noch einmal drehen. Und hier unten müssen wir auch noch das irgendwie verdrehen. auf der anderen Seite da vorne. Komm, hoch. So. Hier die Seite müssen wir noch umdrehen. ja. So, dann fangen wir uns das jetzt mal an. Ah. Ich würde sagen, hier machen wir nochmal ein Save Game. So. Cyrus. Genau. Weil wir jetzt relativ weit gekommen sind. Und ich glaube, wir müssen jetzt die Füße da einklappen, oder? Ich gehe mal von aus. Das waren jetzt zehn Staden, aber okay. Komme ich mit zurecht. Fangen wir mal mit der anderen Seite an. So, und... ...nochmal zehn Staden. Okay, wird wohl nicht einfacher. Oder müssen wir... Oder müssen wir... Ist noch nicht fertig. Ich habe hierfür jetzt zehn Staden bekommen. Nein! Ich dachte schon. Hier passiert nichts. Ja, die halt. Natürlich passiert das. Okay, was müssen wir jetzt machen? Im Grunde habe ich hier eigentlich alles erledigt. Glaube ich. Das muss ja so aussehen, wie das Ding da. Ich will mir das nochmal ansehen. Muss dann noch irgendetwas gemacht werden? Ich ralle es gerade nicht. Ich würde sagen, wir gehen noch einmal hoch. Gucken uns das nochmal von oben an. Ne, das wollte ich jetzt nicht. Okay, Schaden habe ich jetzt auch nicht bekommen. Nein! Okay, das war jetzt nicht das, was ich machen wollte. Jetzt müssen wir den noch einmal umdrehen. Toll. Ich Experte. So, und nochmal. Okay, das muss und so sein. Ich gehe mal gucken, wenn ich das jetzt nochmal hier betätige. Ich muss es da vielleicht irgendwie noch einen anderen Weg geben. nein. Ich weiß. Stimmt. Ja. Aber Cyrus ist manchmal so ein Genie. Beziehungsweise ich auch. Ja komm. Komm Cyrus. Nein. Aber ich glaube, das war schon der richtige Weg. Da muss nur so rum sein. Wieso gehen wir nochmal hier drauf? So. Machen wir so. Nein. Nein. So. Genau. Und dann müssten wir so da irgendwie drauf kommen. Können wir da irgendwas betätigen? Irgendwas? Ach nein. Ich will nicht mehr. Ich hasse es nicht. Ich muss mir den noch einmal umdrehen. Achso, das war schon so wie gerade eben richtig. Okay. Okay, da komme ich aber gerade selber nicht drauf. Ich habe zumindest kapiert, wir müssen einen Sekt rauslassen. Nein. Da will ich lieber nicht hin. Oder? Nein, Cyrus. Ich dachte, komm, das... Nein. Ich komme gerade nicht drauf, was ich machen muss. Komm, spring drauf. Oh nein, es ist ein bisschen, wenn ich nicht von hier los bin. Ah nein. Das ist ein bisschen! Ähm, aber das ist ein bisschen... Oh, das ist ein bisschen zuvor. Cyrus ist manchmal echt ne Mulbirne. Hier passiert nichts. Gehen wir noch mal runter. Also auf die Lösung komme ich gerade echt nicht. Vielleicht andersrum drehen. Geht, nochmal zurück, Cyrus. Dann müssten wir eigentlich auf die Füße von dem Krabbelviech kommen. Ich habe aber keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich raffe gerade gar nichts. Da ist jetzt was passiert, okay. Ja, genau. Hä? Was war das denn jetzt? Passiert da jetzt was? Immer noch nicht, weil es noch nicht fertig ist. Was passiert jetzt, wenn ich den bewege? Ich verstehe jetzt echt nicht, was ich machen muss. Ah, okay. Nee. Nee, doch nicht. Äh, nee. Falsche Richtung. Muss ich vielleicht... Ich habe keinen Schaden genommen. Ach nee. Warte. 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 Ah. Nein. Ja. Jetzt habe ich sie gerafft. So und den muss ich auch nochmal. Ah. Danke, Cyrus. Danke. Danke, Cyrus. So, und hier nochmal. Jo, den haben wir auch geschafft. Aua. Dann ist das jetzt nur noch einer. Gehe ich mal von aus. Und zwar der. Immer noch nicht. Da fehlt doch was. Irgendwas fehlt da. Nur was. Okay, er hängt hier. Ich würde sagen, wir versuchen es noch einmal, das da zu bewegen. Mal gucken, was passiert. Äh, genau. Nein. Alles umsonst. Ja, dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao. Ich bin's, ich bin's. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich bin's, ich bin's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020